Willkommen zurück. Passend zum heutigen Reaction-Thema Autisten unerwünscht, kommen wir nun zu einem Artikel von heute.at, der den Titel trägt Schüler im Autismus-Spektrum musste in Putzkammerl sitzen. Putzkammerl. Darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Das ist keine Inklusion mehr, sondern eine Exklusion. Und eine Demütigung für jemanden im Autismus-Spektrum. Einfach ihn in einem Putzkammerl sitzen lassen. Damit der bloß nicht im Unterricht stört. Wie gewissenlos muss man denn sein, um sowas eigenem Kind anzutun? Anscheinend haben diese Lehrkräfte dort gar kein Gewissen. Die kleben sich anscheinend auch an den Straßen fest. Könnte ich mir denken. Aber gut. Hier sehen wir ein Symbol-Foto. Wo Lukas mit gelben Kopfhörern störende Geräusche ausblendet. Aber ob man das als Symbol-Foto bezeichnen kann, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich ein Familienfoto. Würde ich mal sagen. Fakt nicht lang drum rum. Los geht's. Der 17-Jährige kann laute Geräusche kaum ertragen. Immer wieder gab es Probleme mit seiner Schule. Von Bildung und Inklusion keine Spur. Natürlich nicht. Das heißt, dass ihm die Bildung verweigert wird. Und dass es keine Inklusion ist, sondern eine Exklusion. Nämlich genau das Gegenteil davon. Und natürlich Takopismus. So weit das Auge reicht. Denn da werden Autismus zumindest ausgeschlossen. Aber es gibt ja zum Thema Takopismus genug andere Stufen. Aber dazu kommen wir dann in einem späteren Video nochmal darauf zurück. Wenn ihr ein weiteres Video zum Thema Takopismus erfahren wollt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann geht es sofort an die Arbeit. Weiter geht's. Üble Vorwürfe gegen eine Schule in der Steiermark. Wie die Kleine Zeitung berichtet, soll dort ein 17-Jähriger im Autismus-Spektrum quasi auf das Abstellgleis geschoben und in einem Putzkammer untergebracht worden sein. Aufs Abstellgleis geschoben. So kann man auch einem Menschen im Autismus-Spektrum die Bildung verweigern. Und was Abstellgleis bedeutet, das muss ich halt nicht so groß erklären. Denn da wird jemandem die Bildung verweigert, so dass seine Zukunft daraus besteht, nicht in einen normalen Beruf zu kommen, wie es im ersten Arbeitsmarkt so üblich ist, sondern in einem zweiten Arbeitsmarkt zu landen, nämlich in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung abzuschieben. Und das ist wohl das Ziel von dessen Schule, in der er leider geht. Und deswegen weiter geht's. Schon zuvor war bekannt geworden, dass in der Schule ein beeinträchtigtes Kind auf dem Gang lernen musste. Schon zuvor. Ja, aber dieses beeinträchtige Kind war ja nicht im Autismus-Spektrum und konnte den Unterricht zumindest vom Gang aus mitverfolgen. Denn da kann man ja auch den Lehrer noch einigermaßen noch verstehen, was im Unterricht so besprochen wird. Aber wenn ihr mich fragt, das ist wohl eher unwahrscheinlich, denn Lesen wir einfach weiter. Der 17-jährige Lukas S. fällt durch seine Intelligenz auf, ist aber durch Wahrnehmungseindrücke überfordert. Er trägt große, gelbe Kopfhörer, die ihn vor Geräuschen schützen, die er viel zu stark wahrnimmt. Und da würden die Lehrer bestimmt gesagt haben, Kopfhörer runter! Ne? So ist es doch gewesen. Und wenn ihr es nicht getan habt, sofort in die Putzkammer. Aber schnell. Weiter geht's. Verrät man Lukas seinen Geburtstag, kann er wenige Sekunden später sagen, an welchem Wochentag man so weit gekommen ist. Trotz seiner hohen kognitiven Leistung kam es aber wiederholst zu Problemen mit Pädagogen und Schulassistenten, so die kleine Zeitung. Mit Pädagogen und Schulassistenten. Doch auch mit den Lehrern gab's noch Probleme. Und das steht auch im nächsten Abschnitt drauf. Werdet ihr gleich sehen. Lehrer überfordert. So sei er oft nach Hause geschickt worden, sobald er ein bisschen schwierige Verhaltensweisen aufgezeigt hat, so die Mutter des Burschen. Einmal, als so viele Kinder im Raum waren, schmiss er sein Federpenadel vom Tisch, ein anderes Mal zog er sich aus und schaltete auf stur. Die Lehrer haben nicht damit umgehen können, es war auch wenig Interesse da. Wohl eher kein Interesse, wollt ihr wohl damit andeuten. Und warum? Weil diese Lehrkräfte dort Takopisten sind. Leider. Denn die dürften eigentlich gar nicht unterrichten. Aber das lässt man denen einfach so gewähren. Weiter geht's. Mit einer Umfrage. Musstest du als Kind einmal die Schule wechseln? Und ich hab da mal einmal Ja getippt. Das war mal gleich nach der ersten Klasse. Das hatte insgesamt drei Gründe. Der erste Grund war, dass meine Schule bald nicht mehr existent war, weil man sich nicht sicher sei, ob es überhaupt einen zweiten Schüler dieser Schule geben wird, weil das Gebäude war ja nicht mehr tragbar vom Alter her. Zweitens, die Firma, in der mein Vater angestellt war, war natürlich insolvent geworden. Und der dritte Grund war natürlich, was auch mit dem zweiten Grund auch zu tun hat, wir verloren auch gleichzeitig unser Zuhause. Denn die befand sich natürlich auf dem Areal, in der mein Vater auch gleichzeitig beschäftigt war. Also, er hatte Arbeitsplatz und Wohnung an einem Ort gehabt. Und deshalb mussten wir aus dem Gewerbegebiet im Enkelburg-Vorpommern in eine Großstadt ziehen. Und deswegen ist wir weiter. Luca wurde daher mit seiner Schulassistenz in einen eigenen Raum versetzt. Doch dieser sei für das Lernen völlig ungeeignet gewesen. Es habe sich um einen Putzkammel gehandelt. Luca musste zwischen Wischmopp und Kübel versuchen, mit Wochenplanen und einer Schulassistenz ohne pädagogische Ausbildung zu lernen. Und beten wir nur, dass diese Schule aufgelöst wird. Nicht, was das Alter des Schulgebäudes betrifft, das kann man ja hier in diesem Artikel gar nicht beurteilen, sondern wie sie gegenüber Menschen im Autismus-Spektrum vorgehen. Weiter geht's. Wechsel in Werkstatt war nötig. Nein, war sie nicht. Aber dazu kommen wir jetzt. Von Gemeinschaft, Inklusion und Bildung sei keine Spur gewesen, sagen seine Eltern. Später habe er nicht einmal mehr offiziell eine Klasse angehört. Mittlerweile ist Lukas in einer Tageswerkstatt, denn die Bedingungen in der in Anführungsstrichen normalen Schule ließen auf Dauer keinen Lernerfolg für den Autisten zu. Gäbe es Autismus Lebensschulen, dann wäre er dort viel besser aufgehoben gewesen. Aber die derzeitige Politik stellt sich immer noch quer und meint, die würden alles besser wissen, was für uns Menschen im Autismus-Spektrum gut ist. Natürlich alles schlechte. Ja, Leute. Das war dieser Artikel hier. Kommen wir nun zu den Meinungen. Da schrieb zum Beispiel jemand, nicht falsch verstehen, ich glaube eher, dass Lukas am falschen Platz ist. Man tut Lukas nichts Gutes, wenn er in eine normalen Schule gehen muss. Ich glaube sogar, dass er eher hochbegabt ist. Ja, Hochbegabung und Autismus, das gibt es auch in dieser Kombination. Ebenso wie Autismus und ADHS und so weiter und so weiter. Und was Schule betrifft, eine Autismus-Lebensschule ist für uns Menschen im Autismus-Spektrum das Idealste. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Nutzer, der hier schrieb, ein bisschen schwierig ist gut. Es gibt kein Personal für derartige Betreuungen. Wie soll das gehen? Die Lehrerinnen können nichts dafür, sie sind heillos überfordert. Ja, leider, genau so ist es, schrieb er noch darunter. Ja, eine typische Ausrede, heillos überfordert. Diese Ausrede ist so uralt, das könnte noch aus den 60er-Jahren stammen. Und besonders fiel natürlich dieser Kommentar auf. Den rechten Trick, wie man den Wochentag seines Geburtstages ausrechnet, kannte ich bereits in der Volksschule. Ja, und mein Wochentag war natürlich allein Freitag gewesen. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem etwas beliebteren Kommentar. Aber, das hat ja auch was mit dem vorigen Inhalt auch zu tun. Manchmal ist es einfach besser, die Kinder von zu Hause aus zu unterrichten. Er wird auch später im Arbeitsleben von Lärm überfordert sein und sein Nervensystem wird auch dann Alarm schlagen. Putzkammerl ist total ungeeignet als Ausweichmöglichkeit. Und das ist eine Putzkammerl natürlich auch. Weil da stinkt es und von Geruchsintensivität wollen wir gar nicht erst reden. Und die Sache mit dem Lärm, das können wir natürlich auch erlernen. Und das ist halt nur eine Frage der Zeit, denn jeder von uns im Autosmospektrum ist unterschiedlich. Und jetzt zum nächsten Kommentar. Inklusion funktioniert nicht. Wann wird das endlich verstanden? Bei so einer Schule garantiert nicht. Nächster Kommentar. Viele Eltern solcher Kinder wollen nicht akzeptieren, dass ihre Kinder besser in einer Sonderschule aufgehoben werden. Die Inklusion, solche Personen im Regelschulbetrieb aufzunehmen, scheitert meist rasch. Besser für diese Kinder wäre eine individuelle Förderung, wie es in den Sonderschulklassen möglich ist. Falsch! Sonderschulen Sonderschulen für uns Menschen im Autismus Spektrum gar nicht geeignet. Autismus Lebensschulen dagegen schon. Man muss sie nur eröffnen. Weiter geht's mit diesem Kommentar hier. Traurig und schlimm armes Kind. Es braucht zusätzliches Lehrpersonal für beeinträchtigte Kinder. Auch im Bildungswesen wird am falschen Platz gespart. Jedes Kind hat für sich geeignete Bildung verdient. Ja, und wir Menschen im Autismus Spektrum haben auch Abitur verdient. Denn das gibt es auch in der Autismus Lebensschulen. Und deswegen weiter geht's. Mit Pippi Langstrumpf welcher schrieb Aha, dann zieh doch in die Villa Kutterbund zurück wo du hergekommen bist. Meine Güte, kann man sich nicht ausdenken und bleibt gefälligst dort. Sonst kommen natürlich diese beiden Räuber oder wie die dargestellt werden. Ich hab das schon wieder verdrängt. Und jetzt zu dem letzten Kommentar für diesen Artikel hier, den ich keinesfalls vorenthalten möchte. Der Wechsel ist die einzig richtige Methode. Wenn ein Kind Lärm nicht erträgt, dann lässt man ihn nicht zwischen 20 anderen Kindern setzen. Ja, aber das ist aktuell die einzige Notlösung. Denn ohne Autismus Lebensschulen für uns im Autismus Spektrum kann einfach nur ein Wechsel stattfinden. Aber Hauptsache kein Wechsel zu einer Sonderschule. Denn das wäre für uns Menschen im Autismus Spektrum sehr fatal. Nicht nur in der Gegenwart sondern auch in der Zukunft. Deshalb sage ich schon mal an der Stelle guten Abt. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.